Musik So ihr Kinderchen, jetzt machen wir das was viele spielen, was andere spielen, was alle spielen Ich spiel's jetzt auch, ich bin so wie jeder einfach und spiele mit euch Miss Survival Ich hab's noch nie gespielt, aber ich dachte jetzt, wo es so, ja, wo es viele spielen, spielen wir jetzt auch Ne, so einfach ist das So, Twitch ist an, los geht der Spaß Twitch Stream, hallo Leute Und los geht's, wir sind natürlich in dieser Setting-Geschichte, wie immer So, New Game Ich weiß nicht, es ist ein Survival-Game natürlich, ne Ähm, sagt das Wort ja schon Zombies sollen da sein Okay Muss das geladen werden? Ja Man sieht dort einen, einen, eine Null Wahrscheinlich muss das so sein You are a new area who is immune Mist, okay Ähm, oh Was geht hier ab? Alles klar Shelter-Management Wappen-Tools, bla bla, close Stamina Also sehe ich das jetzt die ganze Zeit dann hier aus dieser Warum? Ach, das, dieses, 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 äh Oh, Alter, was geht denn hier ab? Warum bleckt denn das so scheiße? Open Open, der Tor Hier haben wir, das ist Loots Mein Inventar Da haben wir den Shit nicht unten Loot all F können wir drücken Dauert eine Weile dann Alle klar Ich möchte mal ganz gerne die Mausgeschwindigkeit ein bisschen Ändern Controls Maus-Sensivität Ja Back Audio, Keymaking Generals Language Gibt's nur in Englisch Nicht, noch nicht in Deutsch Was natürlich ein bisschen schade ist Back Okay Suicide Man kann sich also selber umbringen Alles klar Wollen wir hier Feines noch rumlegen? Upgrade Fish Bucket Ja, okay Darf ich's egal aus, ne? So, wie kann ich denn das, was ich jetzt gerade Wie kann ich das Ah, guck mal, hier Gleich Messer hier rein Was? Ne, okay Aber hier Jawohl Gut Hier crafte ich den Englisch und Shit Abflamme jetzt zum Überleben Säge Hammer schon Und was haben wir hier noch? Eine Kissennägel Nein, das sind Ähm Ihr wisst schon Hm Na Feuer Okay Stamina Ist daneben Alles klar Ausrüsten Messer Oh, wieso leckt das denn? Okay, man muss auch nicht Ey, man kann gleich so abschlitzen Alles klar Gut So weit, so gut Die Weitsicht sieht scheiße aus Wie gesagt, ich hab das Spiel noch nicht gespielt Und ich spiel das jetzt gerade, weil alle ist irgendwie spielen Verstehe ich das Lecken nicht Ich check das Lecken überhaupt nicht Das war jetzt die Hütte, wo wir gerade hergekommen sind Oh, das ist eine neue Hütte Das war die Hütte, wo wir gerade hergekommen sind Das Auto dort unten Funktioniert das? Man macht sich natürlich immer gleich automatisch zu Fuß Unterwegs, weil man geht ja davon aus In der Apokalypse lüft nix mehr Da geht einfach gar nix mehr Open that door Oh There is a There is a Triumph-Weg But we have Saw Ey Left hand Why I can't this in my left hand mokens Wieso geht das nicht? Wie rüste ich das denn aus? Drop Das kann ich schon mal gut Äh Geht gar nix, ne? Ich hätte das aber gern ausgerüstet What? Oh, nein Don't drop this I pick up the saw Okay Das war ja mal ein Versuch, ne? Open that door Can I crouch in the car, please? Open that door Hello Hello Okay, ich kann nicht steigen in Hier haben wir Sprit, wenn welches drinne wäre Was ist das denn? Treebark Kick up Wow Okay Gut Oder auch nicht halt, ne? Haben wir ne Karte hier? Okay Dass der Hund jetzt der Meinung ist, er muss jetzt spielen, ne? Hunde sind echt ein Wesens-Dings Hey, Lotte So Wir sollen ja nicht spazieren gehen Weil Welpen sind eben halt Welpen, ne? Oh, guck mal hier Was hätten wir hier foundet? We have found Äh, äh, äh A place Sieht doch ganz nett aus hier Ich finde die Grafik nur schlecht, ne? Ich verstehe aber denn das Lecken nicht Option Grafics Ultra, 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 ultra Vielleicht ist einfach mal nur mein Monitor nur so scheiße Hört sich auszuhören Ich hab keinen guten Monitor Garden Soil Wahrscheinlich so ein Dünger Zeugs, ne? Ein Drack Was war denn das? Hm Schreiben sind nur leicht dreckig Ja Na gut, der wird dann schon geplündert sein, wa? Von anderen Survivors Hallo? Ja, schade Kann ich nicht mehr aufs Plumpsklo? Nämlich nicht Death Games, Crit Games, Options Controls Maus E-Mapping M-M-M-M-M Mh 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 Guck mal Wir können in der First Person reingucken Doch ich hätte gerne, äh, dieses Crouchen Muss crouchen Crafting is B. Quicksilf F-15. Quick, 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 quick. Wo ist das Crouch? Ist das so doof? Jump. Ground Sleep. Interaction. Crouch. Yes. Thank you very... Was? Crouch und Destroy Struktur. Destroy Struktur machen wir auf V. Gut. Willst du jetzt Crouchen? Yes. Okay. Damit fühle ich mich viel wohler. Ich habe eine Wohlfühlbasis geschaffen. Kann hier nicht rein, ne? Ich hätte gerne mal... Duck. Wer kennt nicht das Duck-Mobil? Ich habe von innen jetzt die Motorhaube geöffnet. Vom Duck-Mobil. Here is nothing. Boah, ziemlich stramm eingeparkt, wa? Willst du dich da... Okay. Ey, das leckt mir fällt mir. Ich verstehe nicht, warum das so leckt, ey. Das nimmt mich ein bisschen an. Ich meine, das spielen ja viele Leute. Was ist das? Pick-up. Can't Fruit. Backstein. Fischbucket. Upgrade one slot. Okay, cool. So, jetzt gehen wir mal ins Haupthaus rein, ne? Ich werde... Ich werde... Da haben wir die Garage, da waren wir schon drin, ne? Boah, pada. Camper ist natürlich auch so was. Hm. Natürlich nicht. Das ist eine Scheune, Alter. Klimp. Okay, I'm here. I'm hinaufgeklimpt. Mit Klimpsügel. What is this Schrott? Metall Schrott, okay. Ich glaube, ich sollte nicht das nächstbeste irgendwie zum Base machen. Oh, guck mal hier. Nochmal was zu essen hier. In DayZ wäre man jetzt glücklich, ne? Mit so einem Toonfisch oder so. Hello. Das ist eine Tür. I don't have a good feeling when I jump... What's this? Rifle-Armour. Was haben wir hier? 9mm-Armour. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Hey, haben wir die Rifle-Armour nicht mitgenommen? Nur mit. Klar, Digga. So, unten können wir nicht aufmachen. Ist mir aber die da auch liegen lassen? Jawohl. Was ist das? Crow... Wow, das ist gut. Ich denke mal, damit komme ich weiter als mit Messer, Mann. Crowbar. Crowbar. Ah, okay. Entschuldigung. Wart. In mein Gehirn und so weiter. Okay. Raunter. Sehr gut. Ah, ein Generator. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Paper. Pick-up hose. Muss man sich bestimmt irgendwo mal selber zusammenbauen. Wahrscheinlich bin ich... Ich wette, ich gebe das Spiel auch irgendwo mal auf, weil ich so blöd dazu bin, weil es so komplex wahrscheinlich ist, weil ich hier einen Scheiß selber bauen muss. Ah, guck mal. Ich wäre doch gerne in eine bessere Gegend, wo mit Wasser und so vielleicht irgendwo in der Nähe. Hello. It's anyone... Alter, Machete. It's anyone Machete. Und wieder was zu eaten. Ey. So, mach. Gibt's doch nicht. Schmierer ist doch nicht weg. Warte mal, was auch. Das geht sogar nicht weiter. Wir schmeißen den Schrott hier in den Müll. Die Machete kommt da. Ey. Ach so, muss ich die vielleicht erstmal hier wieder... Ey. Okay. Ja. Wart. Wie dem auch sei. Jetzt habe ich mir den Scheiß Metallschrott direkt auf mein Essen draufgelegt, ne? Dreck. Ja, ich will nicht Metallschrott haben. Essen. Essen nimmt mal mit. Das schmeißt man nicht weg. Nein, nein, nein. In keiner Welt der Welt. Aha. Gut, gut, gut. Oh. Sieht da scheiße aus. Entschuldigung, tut mir leid, aber ich finde, die Weitsicht sieht einfach noch dreckig aus. Guckt mal das Wasser hinten an, Alter. Kann man ja gar nicht vergessen. Ja gut, das ist ein 8-Euro-Spiel. Was erwartet man, ne? Offensichtlich aber beliebt. Es spielt wirklich viele Leute. Also, Folge dessen... Weiß ich nicht. Ich meine, wenn das so eine Kitsch-Grafik wäre, wie bei Seven Days to Die, wo die Grafik natürlich auch Schrott aussieht. Aber es soll die Schrott aussehen. Aber hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Ich glaube, das ist Unvermögen oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade mit dem Ausrüsten hier. Was? Wer hat denn das Feuer gemacht? Also muss es hier jemand geben. Also muss hier jemand alive sein. Ja, wer wird... Das, ähm... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Runter in die Stadt. Bis jetzt haben wir noch nichts Weltbewegendes gefunden hier, ne? Boah, was? Also dieses... Sieht scheiße aus, wenn man auf einmal diese Lecks, diese Freeze hat. Warum freest das Game so heftig? Ja. Wir spielen auch nur so lange, dass wir bis Inka heute kommen. Ob ich mich vorsichtig bewege? Ein Rad. Malalalalalalala. Nothing is dangerous here. Okay. Jo, folgendes Code. Ja, eine Witze. Oh, ich dachte, das patscht wenigstens mal so hier. Warte mal, wie war nochmal die... Ich sag doch, ich konnte doch irgendwie... Bäh, Entschuldigung. Ähm, ich sag, ich konnte doch irgendwie... Ich hörte Person-Dings gehen, ne? Controls. Key Mapping. Cert and Egg. Das ist ja jetzt blöd. Na, das ist doof, dass ich es jetzt doch belegt habe. Aber da muss ich mal dieses andere Destroying doch woanders drauf nehmen. Man kann... Man wund... Man muss sich echt immer wundern. Nehmen wir mal Destroying. Mal L. Mann Gott, Flashlight ist auch auf L. Weißt du was? Öh. Sehr gut. Und jetzt... Äh, äh... Cert and Egg. Bleibt dann. Oh. Okay, aber Cert and Egg. Ich dachte, das wäre die Cert-Person-Sicht einfach. Weil wenn man hier vor drückt, passiert ja einfach nicht. Alles klar. Ein Träger. Ich hab nicht... Ich wollte gerade sagen, ich hab nicht mal Füße, aber das hab ich doch. So. Das sieht schön aus. Ein Bett im Coinfield. Juhu. Bis jetzt hab ich auch noch Scheu... Uh. Was ist er denn? Ey, du siehst scheiße aus, Junge. Der ist nackt. Der kassiert ganz schön, ne? Ei. Warum kann ich mich nicht mehr hauen? Alter, ich kann mich hauen. Ach, jetzt bin ich tot. Hä, warum geht... Ey. Ja, kommt. Warum ging den... Hä? Check ich jetzt nicht. Healing. Mein... Mein Wundshealing. Hä? Das check ich nicht. Warum konnte ich denn nicht mehr hauen? Kann mir jetzt mal jemanden erklären? War der unbesiegbar oder sowas? Die, kann man die nicht töten? Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Kann man die nicht töten, die Gegner? Kann man die Gegner nicht töten? Hm. Das find ich aber ein bisschen merkwürdig. Ja, warum? Hm. Ich meine, er hat ja kassiert ordentlich. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann das nicht verstehen. Self-Feeling. Ja, ja. Das dauert aber ganz schön lange, das Self-Feeling. Ich will ihn mir nochmal vorne knüpfen, da, wa? Ja, es ist schon richtig, dass man, wenn man so, ähm... So die Gegner schnell kaputt macht, dass der Gegner... Aber doch, man muss die doch irgendwie kaputt machen können. Ehrlich jetzt mal. Kann doch nicht irgendwie... Ach, vielleicht war meine Ausdauer im Arsch. Das ist möglich, ne? Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die war aber schon drin, ne? Die spielst du ruhig, ne? Total. Aber ich verstehe das nicht. Warum ist der denn nicht verreckt? Stamina. Wahrscheinlich. Es liegt an der... Ich meine, mit einer Machete, Alter. Da schnitt sich jeden, der irgendwie organisch ist, doch irgendwie tausend Stücke. Da ist er schon wieder. Der sieht aber scheiße aus, oder? Das ist ja nicht nur einer! Wie groß! Was haben die für hässliche Dingens da dran? Wissen die, wie kacke die aussehen? Ich meine, ich würde das gerne klären für die. Ich mache die kalt und dann ist gut, ne? Haben die kein Problem mehr damit. Wo ich die noch einen Gefallen bin. Was ist das denn? Das sind ja Spindzombies! Nee, die finde ich hässlich. Aber ey, ich... Ach. Ich muss mal wirklich gucken, mal bei anderen YouTubern, ob die Grafik genauso scheiße aussieht. Wenn die so hier durch die Pampa laufen, dass es so echt so lieblos aussieht. Ja, dann echt null Schaden, ne? Irgendwie haben Blut gespritzt, aber nichts passiert, ne? Hallo! Was ist das denn? Oh, 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 oh. Kommt hier auf. Geht nicht. Oh, ja, also. Geht nicht. Oh, ja, also. Geht nicht. Oh, ja, ja. Da hat wer gefurzt. Oh, ja, ich wollte eine Reaktion erzeugen. Hier geht nicht auf. Eine Veranda? Lass mich ran da an Veranda, denn sie kann ja oder will. Naja, egal. Okay, das ist wohl der Vorderhänger. Okay, alles verbakaritiert. Das ist ein Auto, ein schönes. Also in die Häuser kommt man so gar nicht, oder wie läuft das? Die Außenanlage vom Haus neben mir. Das ist eine Wegstatt. Vielleicht sollten wir die... Nein. Gibt es hier denn irgendwie einen Fluss oder so ein Shit? Dort würde ich mich niederlassen. So zwei Minuten gespielt. Ich brauche einen Fluss und suche mir unbedingt einen Spot, wo ich am besten eine Baseball kann. Am besten Kirche, ne? Kirche ist mir gut. Da kommen die Teufel der Hölle nicht hier rein. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Karte ist von denischen Spielen. Da muss die mehrere ordentlich... Hallo. Ich wollte mein Auto aufrunden. Was ist das? Nochmal so ein Reinigungszeugstier. Spülmittel. Okay, wenn die Türen so aussehen, sind die verbakaritiert. Wie glänzende Boden einfach ist, wa? Heftig. Heftig, der ja. Heftig. Heftig. Heftig, heftig. Ich weiß auch, der wollte ich mir nochmal angucken. General-Store. Hello. Schrott und was zu essen. Essen immer nicht. Nimm mir mit. Das wäre immer nicht hier. Okay. Eigentlich wäre es ein Rucksack geil, ne? Kann man sich einen Rucksack craften? Ah, guck mal. Autos Schrott. Hier ist eine Türklinkl. Wie liebevoll die Häuser gemacht sind. Er hat mich so an Counter-Strike 1.6. Die Grafik ist ja schon echt ähnlich, ne? Oder Half-Life 1 oder so. Trotzdem lecker, Spiel wie Sau. Und mein PC rennt auch. Weiß nicht, was das ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das Ding so überbeansprucht ist. Ich meine, ich spiele... Heftigere Spiele mit heftiger Grafik halt, ne? Mein Cyberpunk habe ich da mitgespielt mit dem PC. Auf höchste Auflösung. Der Lüfter vielleicht ein bisschen alt oder so? Alt und klapprig vielleicht? Boah, ich dachte gerade, da steht so ein Pisser, Alter. Der hat ihm fast den Kopf geschnitten, Dicker. Okay, man müsste hier unbedingt wiederkommen, weil hier gibt es jede Menge Shit. 7,62x5 Millimeter Geschosse. Ist ja eine Refuge... Ne, ja, ja, ja. Hm? Ja. Ich weiß nicht. Wood. I have found the wood. The wood in my hood. Okay, es wird nebelig. Das soll bedeuten was? Ist es gut oder schlecht, wenn es nebelig wird? Noch ein General Store. Ein General... Nobi. Da gehen wir nicht rein. Hier ist Pupsdampf drin. Zwei Stück. Wie soll man die denn platt machen? Wir hatten Probleme gehabt von mit einem. Aber der Nebel gefällt mir nicht so weit. Ich meine, das heißt ja nur ein Mist-Survival, ne? Das stilleste Spiel. Das Spiel ist so still. Was ist das? Was ist das Essen? Kann man das nicht über die Hand erlegen? Was ist das? Silver Guard 6,2x Millimeter. Was haben wir hier denn eigentlich? Neun Millimeter. Das wäre für normale Pistolen-Motivation, ne? Ach, ich weiß noch nicht. What? Das ist jetzt wie bei Seven Days to Die, Alter? Ich will nicht. Mal einen Blick nach draußen. Alter, jetzt kommen dir voll die Horten draußen drin vor. Hallo. Können die Türen öffnen? Ja, wir sind sonst hier reingekommen, ne? Scheiße, ich bin festgepackt. Okay. Am besten... Oh Gott! Am besten weggehen vor Fanserscheiben. Warum ist hier Licht an? Ach, das soll doch so hell sein, das Spiel heißt ja. The Mist is coming. Lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü. Warne Zimmer ist gut. Okay. Nur einer, ne? Ne, der war doch vorhin mit jemandem mit dem Kleid am Start. Ei, 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 ei. Also Baden, ich, ich, ja, hier. Tür zu machen. Oh, scheiße. Aber hier, Hauptsache der Pflanze geht's gut, ne? Das ist schon mal wichtig. Was ist das? Swinging Kit. Swinging Kit, ne Zet. Ne Zet. Kann man die übereinander legen? Ja, das ist ja... Ich hab auch immer neun Millimeter Munition bei mir im Badezimmer liegen. Standard altig, ne? So standardig. Erst mal scheißen gehen. Was ist das für ein gruseliges Geräusch? Also wir lernen, wir sind immun gegen Nebel. Ähm. Andere Leute wohl nicht. Also mich hält das nicht auf Toilette irgendwie so, ne? Also sollte ich das mal nach draußen packen? Ich weiß nicht. Irgendetwas sagt mir, wenn wir rausgehen. Gehen wir raus. Geh. Geh, Tomji. Kinderschön. Also das ist das Spiel. Nein, Mist. Da ist der. What? Oh Gott. Da ist Gift. Oh ja, klar. Geil. Ich komm natürlich nicht an der Wäsche. Weißt du, hier hängt Wäsche. Die muss so hart sein. Ich mein, sie wackelt in den Wind. Aber ich komm hier nicht durchgelaufen. Hier ist noch ein fucking Zombie. Aber wie gesagt, das mit dem Freezen verstehe ich nicht. Warum freeze das Spiel bei mir? Oh Gott. Oh Gott. Da ist noch mehr. Oh, keine Tür. Doch gut. Aber die Herren der Finsternis haben hier nichts zu suchen. Mal rauf. Oh Gott. Achso, ich könnte mal wieder die Kamera machen. Oh. What? Er hat mich gesehen. Ja, genau. Ach, guck mal. Mein Dix ist kaputt. Ja, warte. Ich bin tot. Alter. Alter.